Aber, 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 aber! Ibu aber wie alt ist der? Wie alt bist du? Bitte! Ibu aber wie alt bist du? Interessiert dich, was ich gerade mache... Mach nicht jetzt eine von mir... Ibu und wie alt bist du? Der Mann ist über 15 Jahre älter wie du. Das interessiert dich und das ist zwischen mir und ihm! Nein! Hat... Engel, hat nichts zu heißen wer älter ist. Also ich glaube Ibu ist älter, aber aber vor allem, du bollst das Merke nicht! Das ist fertig. Nein, Wallah, mach ich nicht, weil er... ...Arabadab sagt, Wallah, mach ich nicht. Wieso? Nein, Wallah, nein. Du hast ihn heute ernst genommen, hast du ihn live gemacht? Ich liebe Ibo, aber ich war alles, aber er muss... Ich will aufhören, weil ich... Entschuldige dich, weil Papa Ari gesagt hat. Nein, Wallah, nein, er muss erst mal Arabadab sagen, dann entschuldige. Ich entschuldige, nur Gott kann mich lieben, keiner. Gott, Abi. Immer sagt er. Er ist anstand, ich muss anstand. Er hat Respekt und Anstand. Ich bin nicht wie euch. Ich meine, das ist ernst. Immer, erstens, da habe ich Respekt. Nicht nur, weil ihr... Ibo, habe nie Arabadab, wenn ihr... Wallah, ihr seid Spex. Ihr benehmt euch wie Köpfex. Ihr macht Spielchen, aber ich fick eure Spielchen. Aber ich bin gerade da im Sitz, aber benehmt euch. Dann nennen, dann sag doch Arabadab. Ich sag doch Arabadab. Irgendwann geht mein Saberwende. Ibo, Abi, ich sag doch auch Ibo, Abi. Bei Älterhörten immer Respekt. Schau mal, wie du dich benehmst. Nein, ich habe auch Humus auf dem Angeschehen. Ich habe auch... von niemandem hier. Wie ich. Und alle haben auf dem Gesicht so lange zusammen. Kommst du euch in die Nähe. Es heißt, Arabadab, ich meine, sie ist älter. Das sind keine Männer, ja? Ekligen. Ekligen. Waschen. Allah, waschen. Kann doch nicht mal sein Gesicht waschen. Komm nicht hierher und machen immer einen auf Mann. Wo wir Geschäfte gemacht haben, wo wir Geld gemacht haben. Heute macht ihr mit zwei Klicks und macht ihr einen auf Mann. Ich habe schon Geschäfte mit Papa Kralle gemacht. Da war es noch ein Kind. Waschen, waschen, waschen. Ich bin nicht. Joga Engel. Ja, das reicht. Wo warst du, weil früher Paprika verkauft hat. Wo warst du? Obst, Gemüse, Junge. Wo warst du, Engel, da? Nicht Obst, Gemüse. Wenn du verkauft hast, Junge, du brauchst nicht viele Böne, Alter. Schäme dich, Engel. Schäme dich, Junge. Mehr sage ich dir nicht, Junge. Böhm dich. Schäme dich, Junge. Ganz Gemüse, Alter. Da war... Ge- Ge-